Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass wir diese erste Webinar-Reihe zu einem wichtigen Thema anbieten können, nämlich die Vorgehensweise, die wir zurzeit erleben. Eigentlich kann man sie nur als Hetze bezeichnen, wie man mit aller Gewalt versucht, den Islam und die Muslime als Gewalttäter darzustellen. Man verwendet dafür Texte aus dem Koran und aus der Sunnah, Ayat und Hadithe, um mit denen zu belegen, wie gewalttätig der Islam ist und wie der Islam uns zur Gewalt aufruft. Sie bringen diese Texte, reißen sie aus einem Zusammenhang, berücksichtigen keinerlei Hinabsendungsanlässe, keinerlei Kontexte und verändern damit Hinabsendungsanlässe, aber sie verändern auch Berichterstattungen und machen aus ihnen sozusagen Standpunkte, als wären sie sozusagen die Art, wie Muslime die Dinge verstehen und wie sie leben. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir diese Ayat und Hadithe kennenlernen, damit wir ihre Kontexte kennenlernen, ihre richtige Übersetzung kennenlernen, damit wir auf solche Entschuldigungen eine gute und überzeugende Antwort haben können. Das ist wichtig für uns, wichtig auch für unsere Kinder, damit sie auch sich nicht schämen sollen für diesen hervorragenden Koran, unser Buch, aber auch für die Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich freue mich auf das erste Treffen mit euch am 10. November, Inschallah, in wenigen Tagen und dann werden wir noch viel mehr dazu lernen. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.